Hier hat der Humboldtinfund begonnen. In Hof, in einem dunklen Papierarchiv der Gesteinssammlung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. Bei der Digitalisierung der Unterlagen taucht ein alter Brief auf. In diesem Brief steht von 1949, dass es offenbar bei uns Humboldtien gibt. Ich kannte das Kristall gar nicht. Ich wusste gar nicht, was Humboldtien ist. Und dann war es ja klar, dass wir uns auf die Suche nach diesem seltenen Mineral gemacht haben. Mit Erfolg. Unter den rund 130.000 Exponaten im Gesteinsarchiv werden 2 entsprechend beschriftete Schachteln gefunden. Sie stammen aus dem ehemaligen Braunkohlerevier Matthias Zeche im Landkreis Schwandorf. Die Geologen macht allerdings skeptisch, dass es zu viel ist und die Brocken so groß. Das bisher weltweit dokumentierte Humboldtien ist eher in höchstens Stecknadelkopfgröße aufgetaucht. Wir haben tatsächlich aus Schwandorf, wir haben, glaube ich, die gesamte Menge, was es an Humboldtien auf der ganzen Welt geht, haben wir auf einen Schlag verdoppelt. Deswegen mussten wir es auch erst mal analysieren, bei uns im Labor in Markte-Redwitz, ob es denn überhaupt Humboldtien ist und nicht irgendwas anderes. Diese Analyse wird mithilfe eines sog. Pulver-Difraktometers vorgenommen. Ein wenig zermahlenes Humboldtien auf einem Probenträger wird im Gerät mit Röntgenstrahlen beschossen. So können die Forscher für jedes beliebige Mineral sozusagen einen individuellen Fingerabdruck bestellen. In diesem Fall deckt sich die Messung, dargestellt in blau, tatsächlich perfekt mit dem Humboldtien-Fingerabdruck aus der Datenbank. Bei den gelben Brocken handelt es sich also eindeutig tatsächlich um das extrem seltene organische Mineral. Fragt sich nur noch, was man damit jetzt machen kann. Spontane Antwort, was macht man damit? Nix, man freut sich, dass wir es gefunden haben. Aber weil wir doch jetzt eine gewisse Menge haben, immerhin so eine Handvoll, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, es der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Die ersten internationalen Interessierten gibt es schon. Die Universität Kopenhagen in Dänemark hat eine Probe des Humboldtiens aus der Oberpfalz zur näheren Erforschung angefragt. Vielleicht kriegt man dort auch raus, wozu man das Mineral gebrauchen kann.